Des Kaisers neue Kleider. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, dem neue Kleider sehr, sehr wichtig waren. Er gab sehr viel Geld aus, um immer gut gekleidet zu sein. Seine Soldaten oder das Theater waren ihm nicht wichtig. Er liebte es auch nicht, in den Wald zu fahren, außer um seinen neuen Kleider zu zeigen. Er hatte Kleidung für jede Stunde des Tages. Genauso wie man normalerweise über einen König sagt, dass er gerade in der Ratsversammlung ist, so sagte man von ihm, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, passierten immer neue Dinge. Jeden Tag kamen viele Fremde in die Stadt. Und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die sich für Weber ausgaben und sagten, wir können die schönsten Kleider, die ihr euch vorstellen könnt, weben. Die Farben und das Muster unserer Kleider sind nicht nur außergewöhnlich schön, sondern die Kleider, die aus diesem besonderen Material genäht werden, haben auch eine besondere Eigenschaft. Sie sind für alle Menschen unsichtbar, die für ihre Arbeit ungeeignet sind oder sehr dumm sind. Das wären ja tolle Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich solche Kleider hätte, könnte ich herausfinden, welche Männer in meinem Land für ihre Arbeit ungeeignet sind. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, diese Kleider sollen sofort für mich gewebt werden. Er gab den beiden Betrügern viel Geld, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen sollten. Die beiden stellten zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten gar nichts in ihrem Webstuhl, was sie weben konnten. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis spät in die Nacht hinein. Ich möchte doch einmal wissen, wie weit die beiden mit ihrer Arbeit sind, dachte der Kaiser. Aber irgendwie hatte er ein komisches Gefühl, wenn er daran dachte, dass niemand, der dumm oder für seinen Beruf oder sein Amt ungeeignet ist, die Kleidung sehen könne. Er glaubte zwar, dass er sich in Bezug auf sich selbst keine Sorgen machen müsse, aber er wollte doch lieber erst einmal jemand anderen schicken, um zu sehen, wie es mit der neuen Kleidung vorangeht. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche besondere Kraft das Material hat und alle wollten unbedingt sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar ist. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie es mit diesem besonderen Stoff steht, denn er hat Verstand und keiner ist besser in seinem Amt als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal, in dem die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Ach du lieber Gott, dachte der alte Minister und riss seine Augen weit auf. Ich kann ja gar nichts sehen. Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn näher zu kommen und fragten ihn, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl und der arme, alte Minister riss seine Augen noch weiter auf. Aber er konnte nichts sehen, denn es war ja nichts da. Herrgott, dachte er, ist es möglich, dass ich vielleicht dumm bin? Das hätte ich nie gedacht und das darf auch kein Mensch wissen. Bin ich vielleicht für mein Amt ungeeignet? Nein, das ist unmöglich, dass ich zugebe, den Stoff nicht sehen zu können. Nun, wollen Sie gar nichts dazu sagen? fragte einer von den Webern. Oh, es ist hübsch. Wirklich wunderschön, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille dieses Muster und diese Farben. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt. Nun, das freut uns, sagten die beiden Weber und sie beschrieben die Farben und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister hörte aufmerksam zu, damit er dem Kaiser, wenn er zu ihm zurückkommt, dasselbe sagen kann. Daraufhin verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold zum Weben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf dem Webstuhl gab es keinen einzigen Faden, aber sie setzten ihre Arbeit an den leeren Stühlen fort. Der Kaiser schickte bald wieder einen anderen, fähigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben vorangehe und ob die Kleidung bald fertig sei. Diesem Mann ging es aber genauso wie dem Ersten. Er schaute und schaute. Weil aber außer dem Webstuhl nichts da war, konnte er nichts sehen. ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Stoff, fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war. Dumm bin ich nicht, dachte der Mann. Es liegt also an meinem Amt, für das ich ungeeignet bin. Das ist wirklich merkwürdig. Ich muss es mir ja nicht anmerken lassen. Daher lobte er den Stoff, den er nicht sah und betonte, wie sehr er sich über die schönen Farben und das herrliche Muster freue. Ja, es ist ganz wundervoll, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Stoff. Nun wollte der Kaiser ihn selbst sehen, solange er noch auf dem Webstuhl war.